Das kann man so nicht machen. Das kann man so nicht machen. Das ist zu gefährlich. Ich habe in meinem Leben noch nichts so gefährliches gemacht. Macht das ja nicht nach. Macht das ja nicht. Hallo Freunde, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, dass ich die Kreise gleich auf 35 cm runter fräse und ich bin gespannt, ob ich das bereue. So, der Truppe fräst ja diese Riemenscheiben über den Riemen. Also der macht quasi an den Motor eine Riemenscheibe dran und dann macht er einen Riemen dran und nochmal extra die. Das möchte ich anders machen. Ich möchte die Riemen, die Scheibe hier direkt am Motor fräsen. Deswegen machen wir jetzt folgendes. Wir müssen ja später hier ein 35er Loch reinmachen. Da bohre ich jetzt mit dem Forstnerbohrer 35 Millimeter vor, aber nicht ganz durch. Ich habe das Riesenglück, dass meine Auslage hier genau reicht und ich genau hier noch hinkomme. Jetzt bauen wir ein Stück vor und dann mit dem 25er nach. Ich zeige euch, was ich meine. 24er Forstnerbohrer, weil ich eine 24er Welle habe und keine 25er. Da auch schön mittig und durch. Jetzt sieht das quasi so aus, dass wir hier ein 24er Loch haben und hier außen ist ein 35er, das wir dann später quasi genau nachbauen können. Und jetzt sollte man eigentlich genau mittig sein. Hoffe ich mal. Und jetzt habe ich den Vorteil, jetzt kann ich quasi das direkt an die Welle hier hin machen und kann das direkt hier fräsen. Mal schauen, ob das klappt. Ich habe mir auch inzwischen von meinem Elektriker hier den Motor anschließen lassen. Das heißt, der klappt schon mal soweit. Und das ist eine 24er Welle, ganz wichtig. Keine 25er. Wenn wir ein 25er Loch bohren, dann passt das bei mir nicht. Ich hoffe, dass das jetzt auch hier hält, ohne dass ich hier so eine Aussparung mache. Aber ich denke mal ja. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Motor das verkraftet, wenn ich hier draufklopfe. Er wird ja schon aushalten. Hoffentlich kriege ich die dann auch wieder runter. So, und die muss jetzt so drehen, dass sie halt möglichst wenig eiert. Ich weiß ja nicht, ob ich das so hinkriege, wie der Truppe das so vorgemacht hat. Ich meine, der Truppe hat da natürlich jetzt was hingespannt und sagt, machen wir das, machen wir das. Spannen wir das alles hin und machen wir das ordentlich. So, ich habe mir jetzt hier einfach so eine Leiste herangeschraubt. Jetzt sehe ich quasi genau den Seitenschlag. Und bevor ich jetzt hier arbeite, mache ich mir hier die Ärmel schön hoch, dass ich da wirklich mich nirgends, mich da reinzieht. Weil wenn wir an so drehenden Teilen arbeiten, ist das wahnsinnig wichtig, dass wir da keine schlapprigen Sachen anhaben. Übrigens, mein heutiges Outfit ist von JP 1880, die Modemarke für besonders kräftige Männer. Die haben Größen bis 8XL. Und ich trage schon seit einem, boah, ich weiß gar nicht, seit wann arbeite ich mit JP zusammen? Seit einem halben, dreiviertel Jahr inzwischen trage ich eigentlich wirklich nur noch denere Klamotten. Am coolsten finde ich es halt einfach, wenn du da einmal die richtige Größe für dich rausgefunden hast. Bei mir ist das halt Hosengröße 58 und XXL-Hemden. Dann kannst du da immer wieder bestellen und es passt immer alles. Wenn doch mal irgendwas nicht passen sollte, kannst du sofort kostenlos zurückschicken. Das ist wirklich mega cool. Ich habe da schon so viele Mega-Outfits von denen. Es ist jedes Mal was dabei für mich. Da bin ich wirklich mega happy. JP hat jetzt da auch ihre Flow-Seite. Und auf der Flow-Seite könnt ihr euer Outfit fotografieren und da hochladen. Und könnt vor den anderen richtig mächtig angeben, wie cool ihr seid. Auf jeden Fall habe ich euch JP 1880 in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr mit meinem Rabattcode TAPSWORKWINCH20 bei JP 1880 bestellt, bekommt ihr bei eurer ersten Bestellung ganze 20% Rabatt. Und da kann man wirklich jede Menge sparen. Das war es zu JP. Und ich mache jetzt hier mal, ich richte mir das mal hier ein, dass das möglichst keinen Schlag mehr hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals so hinkriege, wie die Truppe das gemacht hat. Besser kriege ich es nicht hin, glaube ich. Das lasse ich jetzt so. Jetzt einmal drüber schleifen. So, ich habe jetzt hier leider noch keinen Schalter eingebaut. Das heißt, ich muss das immer ein- und ausstecken. Das geht aber auch so. Natürlich ist das nicht besonders sicherheitstoll. Ein bisschen Angst habe ich jetzt schon. So, das Ding ist das. Der Truppe löst das ja quasi. Der hat den Motor, den Riemen dran und dann das Rad. Somit haben wir eine andere Übersetzung. Das Rad wird ein bisschen langsamer. Oh, jetzt habe ich mega viel Staub in der Luft. So ein Scheiß. Dann wird das Rad auch ein bisschen langsamer. Das könnte halt schon was ausmachen. So, jetzt außen mal zwei bis drei Millimeter anzeichnen. Ich habe echt ein bisschen Schiss, Leute. Ich sage es euch. Ich habe mega Schiss. Soll ich es wieder anschalten? Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Durch das, dass hier diese Löcher drin sind, macht es auch mega Wind und ist super laut. Also, ich habe echt ein bisschen Schiss. In welche Richtung dreht es überhaupt? In meine Richtung. Eieiei, und da soll man jetzt drechseln oder was? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen schleifen. So, ich habe mir jetzt hier so eine super professionelle Halterung gebaut, wo ich es so ein bisschen auflegen kann, um hier, naja, ihr seht schon, ihr seht schon. Es ist nicht optimal, aber ich möchte hier nur so ein bisschen quasi eine Auflage haben. Oh Mann, ich habe mega Schiss. Ich sage es euch, ich habe mega Schiss. Ganz ehrlich, ich kann mit keinster Faser meines Körpers euch empfehlen, dass ihr das nachmacht. Ich weiß nicht, wie viel besser es ist, wenn man das mit Übersetzung macht. Ich probiere es jetzt, aber ganz ehrlich, das ist, eigentlich, das kann man, das kann man nicht. Ich finde, man kann es irgendwie nicht verantworten. Also, macht es lieber nicht, macht es lieber nicht, baut es nicht. Mehr bleibt mir da nicht zu sagen. Es ist, ich finde es, ah, ungut. Also, es war jetzt tatsächlich nicht so schlimm, wie sich es vorab angefühlt hat. Also, tatsächlich, es geht. Ich möchte zwar trotzdem das eigentlich nicht empfehlen, weil es arbeitssicherheitsthändisch ein absoluter Wahnsinn ist, aber es geht. Ich gehe jetzt nochmal mit der Pfeile ein bisschen drauf und dann sollte es passen. Hier ist tatsächlich um einiges weniger. Das ist halt echt so ein Problem. Boah, ist da ein Schlag drin. Boah, Leute, ich habe da voll den heftigen Schlag jetzt drin. Das ist halt, das ist halt scheiße. Ich bin gespannt, wahrscheinlich kann ich das alles nochmal machen. Boah, das ist ja echt richtig schlecht. Eieieiei. Mega, mega, mega schlecht finde ich das. Aber hilft ja nichts. So, wandert mir die Scheibe ab. Auch scheiße. Muss ich doch hier den Pinipsel reinmachen. Ich habe gehofft, dass es auch ohne klappt. Ich will halt nicht mit dem Stemmeisen hingehen. Eigentlich. Da habe ich ein bisschen Schiss. Schauen wir mal. Oh, Gott. Oh, Gott. Alter, Falter! Also Leute, 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 ihr habt es gesehen, das ist absolut lebensgefährlich. Boah, leckt mich doch fett am Arsch, Alter! Mir hat es das komplette Stemmeisen zerfetzt und ein Stück von meinem Finger. Ist aber nicht schlimm, ich zeige es euch nicht, ist nicht so schlimm. Aber mir hat es ein Stück von meinem Finger vorne, ich verbinde mich kurz, ich sammle mich mal kurz. Boah, Leute, krass, zu krass. Boah, jetzt stellt euch vor. Boah, das ist zum Glück nicht so schlimm. Hey Leute, stellt euch vor, das Stemmeisen, das trifft euch. Nee, also wirklich, nein, 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 nein. Baut das, macht das auf keinen Fall. Macht das auf keinen Fall. Das ist absolut irre. Scheiße, ich weiß nicht, ich, boah, scheiße. Boah, ich könnte heulen. Ich habe noch nie, also das war, alter, ich könnte, alles, alles hätte passieren können. Jetzt stellt euch vor, das Ding, das Stemmeisen, das bricht ja, das schießt ja weg wie ein Projektil. Das ist ja wie eine Kanonenkugel, wenn euch das irgendwo trifft. Da hilft dann auch, da... Nee, 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 ich mache das nicht. Das kann man nicht verantworten, ohne Scheiß, das geht nicht, das ist zu krass. Natürlich kann jetzt, kann jetzt der eine oder andere sagen, ich habe mich da jetzt dumm angestellt. Ja, habe ich, bestimmt, aber, ähm, wer sagt denn, dass sich nicht der eine oder andere von euch zu Hause, der das Nachbarn will, genauso blöd anstellt? Und dann lass was passieren. Boah, ich bin da und ich habe da und Angst, dass mich irgendwo das Stemmeisen getroffen hat und ich merke es noch gar nicht und verblute auf einmal. Boah, Alter. Nee, ich gucke jetzt, ich gucke jetzt, ob ich die, ähm, ob man die Rollen bestellen kann. Ich baue die nicht selber. Also nicht so. Natürlich könnte ich es jetzt wieder mit der Pfeile probieren, aber echt, also eigentlich... Boah, leck mich doch am Arsch hell. Nee, oder? Alter, Alter. Ich nehme euch mal mit. Wisst ihr, wo das Stemmeisen ist? Ich drehe euch mal. Da, das steckt da in der Decke. Da. Jetzt stell dir mal vor. Jetzt stell dir mal vor, das trifft dich. Ne, das geht nicht. Das kann man so nicht machen. Das kann man so nicht machen. Das ist zu gefährlich. Ich habe in meinem Leben noch nichts so gefährliches gemacht. Mach das ja nicht nach. Mach das ja nicht. Sorry, sorry, Truppe. Sorry, Let's Bastel Team. Aber das ist, das war, nee. Ich mache jetzt hier mal aus. Ich muss erst mal runterkommen. Und ich muss überlegen, was ich jetzt mache. Also hier an dieser Stelle erst mal Ende. Ciao, ciao. So, ich bin inzwischen zu Hause angekommen und konnte den Schock ein bisschen sitzen lassen. Als allererstes habe ich beim Truppe angerufen und habe mit dem Truppe gesprochen, was er zu dem Unfall meinte. Und er hat auf jeden Fall gesagt, ich soll mir den Unfall ganz genau anschauen und soll ganz genau analysieren, wo der Fehler war. Und soll euch das zeigen und erklären, damit ich euch ein bisschen Mehrwert in meinem Video bieten kann. Wo ist der Fehler und was dürft ihr auf keinen Fall machen? Also worauf müsst ihr achten, wenn ihr das machen wollt? Und nachdem ich selber ja dann nicht so der Fachmann bin, habe ich mir einen Fachmann ins Boot geholt. Und wer wäre da besser am Start als Philipp Konter, der selber Drechselkurse gibt und sich da wirklich gut auskennt. Und deswegen habe ich ihn beim Unfall gezeigt. Und der erklärt uns jetzt mal, was ich falsch gemacht habe und wie es richtig gehen würde. Hallo lieber Dominik und hallo an die Community von Dominik. Dominik, du hast mich ja gefragt, warum das passiert ist. Ich werde das gerade noch einmal kurz ansehen. Oh Gott. Hey, die Witzker. Hey, hey, hey. Zum Glück ist da nicht mehr passiert. Da hätte er auf jeden Fall das Auge dran glauben können. Oder, oder, oder. Also warum ist das passiert? Du hast mir schon gesagt, dass du selber schon weißt, ja die Werkzeugauflage war in dem Fall zu hoch. Ich packe meine Schale in Spannfutter und dann werde ich es euch einmal zeigen, warum man generell bei schabenden Arbeiten, wie auch hier bei dem Einsatz, warum man da die Messeauflage nicht in die Höhe stellen sollte. Also nehmen wir einfach mal an, das hier ist unsere Riemenscheibe, wie du sie ja auch im Projekt gedrechselt hast. Und ich stelle jetzt mal alles so ein, wie du es auch bei dir eingestellt hattest. Höher geht es bei Minutes, aber ich denke mal so ist es relativ ähnlich. Und jetzt hole ich mal einen Schaber zur Hand und dann zeige ich euch, was passieren würde, wenn wir hier eintauchen würden. Natürlich hat der Stechbeitel einen anderen Winkel, das Prinzip ist aber ähnlich. Der Mittelpunkt ist in etwa auf dieser Höhe und die Werkzeugauflage ist in dieser Höhe. Würde ich jetzt hier so mit dem Werkzeug ähnlich wie bei der Riemenscheibe auch an der Schale hier arbeiten, dann würde was ähnliches passieren. Denn ich zeige es jetzt einfach mal von der Seite. Hier ist meine Werkzeugoberseite und wenn ich jetzt in das Holz eintauchen würde und ich würde verhängen, also das Werkzeug würde zu tief eintauchen, dann würde es sich logischerweise nach vorne drehen. Und ihr seht, das Werkzeug dreht sich noch weiter ins Material rein und deswegen würde es halt eben wegfliegen. Das ist auch ein Punkt, den spreche ich immer an den Drechselkursen an. Es gibt nämlich zwei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind beim Schaber. Unter dem Drehmittelpunkt und hängend. Und wenn ich die Messerauflage jetzt weiter nach unten bringe, dann wird es jetzt hier auf jeden Fall klarer. Wenn ich jetzt mit dem Werkzeug mich verhake, dann kann ich mich einfach frei drehen. Beim Drechseln gibt es einige schabende Werkzeuge, die genauso funktionieren. Waagerecht bis hängend ansetzen, unter dem Drehmittelpunkt bei der Außenseite. Wenn man sich dann verkantet, dreht sich es einfach frei. Aber hier noch zwei Punkte, die beim Heimwerken auch öfters vorkommen, wo man sich auch gut vorstellen kann. Da hinten am Doppelschleifer ist eine Schwabbelscheibe. Damit kann man Stemmeisen zum Beispiel auch abziehen, damit vorne der Grat weg ist und das Werkzeug schärfer ist. Da wird das Ganze ja auch von unten dran gehalten, damit das Werkzeug oben drüber sich drehen kann. Und es ist halt eben nicht wie ähnlich bei der Riemscheibe oben verhängt. Oder bei der Ziehklinge, da wird das Ganze auch schräg hängend angesetzt, zu eingezogen. Weil wenn man das auch andersrum ansetzen würde, dann wird es sich dort auch verhängen. Ich hoffe, das sind zwei Punkte, die klar werden. An dieser Stelle vielen lieben Dank an den Philipp. Schaut gerne mal auf seinen Kanal vorbei und schaut vielleicht auch mal in seinen Drechselkurs vorbei. Da könnt ihr lernen, wie es richtig geht. So wie es aber jetzt mit mir und der Bandsäge weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Video im Thema Let's Bastel Bandsäge. Weil ich mache jetzt erstmal einen kurzen Baustopp und regeneriere meine Nerven. Aber eins könnt ihr mir glauben, es wird weitergehen. Also macht's das gut, schaut euch dabei die nächsten Videos hoch. Wir sehen uns, Servus, bis zum nächsten Mal.